Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute testen wir den Solastar aus dem Aldi. Die Verpackung sieht sehr hochwertig aus. Packen wir mal den Solastar aus. Die Flaschen verfügen über einen Bajonettverschluss. Der CO2 Anschluss befindet sich hinten am Gerät. Die Flasche sollte lieber ein Erwachsener anlegen. Oben ist nochmal eine Anweisung, wie man die Flasche rein und raus macht. Wasser bis zur Markierung füllen und dann kann es losgehen. Die Flasche Die Flasche Die Flasche Die Flasche Lecker! Meiner Meinung nach ist das Sprudeln sehr gut gelungen und spart Plastik und ist gut für die Umwelt. Die Flasche Die Flasche Die Flasche Dramatische Dramatische Vielen Dank.